Ich konnte hier genau das, was mir persönlich wichtig ist, verwirklichen. Hi, mein Name ist Tina Otto. Ich bin Abteilungsleiterin im Prozess- und Produktdatenmanagement hier am Standort in Wosburg. Ich trage die Verantwortung für ca. 130 Mitarbeitern und Kollegen, sowie als Mentor und auch als Krisenlöser zur Verfügung zu stehen. Das Besondere für mich bei der EDAG ist, dass ich meine Karriere voranbringen konnte, obwohl ich viele Jahre davon in Teilzeit hier gearbeitet habe und dass ich immer in einem Arbeitsumfeld war, was mit Humor und Spaß diese Aufgaben begleitet hat. Beruf und Familie ist für mich kein Widerspruch. Wir haben heute eine sehr, sehr herausfordernde Situation für junge Familien. Die Erwartungen der Gesellschaft sind enorm, sehr schnell im Berufsleben Karriere zu machen. Ich habe eine sehr starke interne Motivation und einen großen Ehrgeiz. Herausforderungen möchte ich immer meistern, Lösungen finden für Probleme und das kann ich wunderbar bei der EDAG einbringen. Tschüss.